Hier geht's nach der Lippstadt. Schauen Sie, in Lippstadt, welchen Vorsprung ich dort raus will. Im Training noch fürchterlich gestürzt, auf der Graben überschlagen. Und hier die Ausbeute der Saison. Und hier geht's nach Bremen. Meine ersten Spielwehr-Erfahrung. Hier an zweiter Stellen greife ich den ersten an. Riske alles, gehe ganz nach innen, bring das Gewicht nach hinten, leg mich lang auf die Maschine rauf. Wie witzig das aussah damals, aber ich hab alles versucht, um Rennen zu gewinnen. Hier noch einmal ein paar schöne Auflagen. Die Maschine nebenbei gesagt, die war geliehen, denn ich hatte noch keine eigene Spielwehrmaschine.